Geld verdienen mit Texte schreiben. Darüber habe ich hier auf meinem Kanal schon relativ oft geredet. Ich habe euch schon die Plattform Content.de vorgestellt. Ich habe euch gezeigt, dass ich durch meine Laufbahn in meinen eigenen Agenturen schon viel Geld verdient habe, indem ich Texte geschrieben habe für Auftraggeber und ich bekomme immer, immer mehr Fragen dazu. Und ich bin auch froh, dass ich auch merke, ich inspiriere viele von euch da draußen, mit Texten Geld zu verdienen. Und wenn man es hier einfach mal sieht, ich bin ja gerade auf meinem Kanal drauf, wenn man beliebteste Videos mal schaut, dann ist die Vorstellung der Plattform Content.de, also eine Plattform, auf der ihr Texte verfassen könnt und die Auftraggeber geben euch über die Plattform dann eben Geld für dieses Texte schreiben, ist einer der beliebtesten Videos mittlerweile. Und ich merke das auch, ich bekomme mittlerweile sehr viele Anfragen auch über Instagram, wo ich mal Tipps geben soll zu dem Ganzen, wo Leute Probleme haben, auch vielleicht bei der Anmeldung und so weiter. Und wo ich auch jetzt mittlerweile immer sehr oft gefragt worden ist, was ist mit der Plattform Textbroker? Weil Textbroker war früher eigentlich noch größer als Content.de, auch viel bekannter im deutschsprachigen Raum. Und ich werde jetzt oft gefragt, warum rede ich meistens eben über Content.de und nicht über Textbroker? Deswegen heute mal das Video Content.de versus Textbroker. Was ist meiner Meinung nach die bessere Plattform? Wo solltet ihr aktiv werden, auf welcher Plattform, wenn ihr sagt, ich möchte mit Texten schreiben, Geld verdienen? Und ich zeige euch eben auch, was könnt ihr pro Plattform verdienen und was hat eben Vor- und Nachteile? Das gehen wir heute komplett mal durch. Übrigens, wenn wir schon hier auf dem Kanal sind, ich würde mich über ein Abo wahnsinnig freuen. Einfach hier gerne abonnieren klicken und die Glocke aktivieren auf alle, dann verpasst ihr keine weiteren Videos zum Thema Agenturaufbau, Texte schreiben, Geld verdienen, Internet, Affiliate Marketing und, und, und. Genug der Eigenwerbung, wir gehen jetzt mal rein. Wie gesagt, heute vergleichen wir einfach mal Content.de und die Plattform Textbroker. Content.de, wenn ihr wissen wollt, wie das aussieht, so ein Account, so ein Autorenaccount, so nennt sich das, wenn ihr dann eben dort angemeldet seid, wie das aussieht, auch intern, dann geht ihr, wie gesagt, mal auf das Video, was ich euch eben hier gezeigt habe, weil da logge ich mich mit euch gemeinsam in meinen Autorenaccount ein. Dann könnt ihr schon mal komplett sehen, wie das aussieht, wie ihr Aufträge annehmen könnt und so weiter. Das brauchen wir aber gar nicht, weil wir wollen heute im Prinzip einfach nur mal vergleichen, was von diesen Plattformen jetzt die Beste ist, wenn es darum geht, dass ihr möglichst viel Geld verdient, beziehungsweise möglichst einfach Geld verdient. Das heißt immer so, als müsste man dafür nichts tun. Mit Texten Geld verdienen, das ist jetzt kein Schnellwertreich-System, ihr müsst da wirklich Arbeiter abliefern, aber ihr werdet einfach gut bezahlt, denn Texte werden tatsächlich immer wertvoller. Würde man jetzt vielleicht gar nicht denken, weil man sagt, okay, in Zeiten von Videocontent und so weiter, dass Texte eigentlich immer mal in den Hintergrund rücken. Nein, es gibt Statistiken jetzt auch gerade, was auch Agenturmodelle zum Beispiel angeht, die besagen, dass Texte schreiben eine immer, immer größer werdende Skill wird, Dienstleistung wird, die Auftraggeber sehr, sehr gerne buchen. Also, wenn ihr die Fähigkeit habt, Texte zu schreiben, gute Texte zu schreiben und damit Geld verdienen könnt, dann habt ihr eine Möglichkeit, immer sehr gutes Geld verdienen zu können, weil ihr eine Fähigkeit habt, die der Markt wirklich gerade dringend braucht und wohl immer mehr braucht. Deswegen also absolute Empfehlung, wenn ihr Geld verdienen wollt im Internet und sagt, Texte schreiben ist was für mich, macht das. Und jetzt ist die Frage, mit was fängt man an? Warum ich überhaupt Content.de und Textbroker empfehle, ist ganz einfach. Das sind beides Plattformen, wo ihr im Prinzip fast sofort anfangen könnt, mit Geld zu verdienen, durch Texte schreiben. Ihr müsst hier nicht euch als Freelancer auf irgendwelchen Plattformen wie Fiverr und sowas erstmal anmelden und dann hoffen, dass Leute auf euch zukommen. Ihr müsst auch keine Akquise aktiv machen für Kundenaufträge. Nein, ihr meldet euch hier an. Ihr müsst hier einen Probetext abgeben. Das ist übrigens bei beiden Plattformen gleich. Und wenn ihr angenommen werdet, dann seid ihr schon direkt in der Lage, sofort Aufträge in dem Portal der einzelnen Plattformen hier anzunehmen. Ihr müsst also nicht akquirieren, ihr müsst euch nicht gegen andere durchsetzen, sondern ihr könnt euch für einen Auftrag bewerben und sofort anfangen zu schreiben, Text abgeben und sofort honoriert werden. Also wir reden hier von der Anmeldung bis zum ersten Vergütung unter einer Woche und das ist wirklich eben der große Vorteil, warum diese Plattformen hier gerade für Anfänger, die Geld verdienen wollen, absolut Gold wert sind. Und warum sage ich jetzt meistens, und das ist ja auch eigentlich kein Geheimnis, dass ich eigentlich eher ein Freund von Content.de bin und Textbroker mittlerweile selber auch gar nicht mehr so empfehle. Ich war früher auf beiden Plattformen aktiv als Freelancer, als Texteschreiber, habe aber dann auch selbst von mir aus schon Textbroker relativ schnell verlassen und war nur noch auf Content.de aktiv. Ich muss sagen, von dem ganzen Auftritt her, von der Modernität und sowas, ist Textbroker viel besser aufgestellt, aber man sieht es ja schon ein bisschen, dass Content, der allein des Layouts so ein bisschen in die Jahre gekommen ist, sei es drum. Wir gehen jetzt mal rein, warum sage ich Content.de ist besser und dazu gehen wir einfach mal hier auf Autoren und dann gehen wir auf Vergütung, weil das ist am Ende das, was uns interessiert. Wir haben jetzt auf welchen Plattformen jetzt Texte schreiben, ich möchte wissen, was verdiene ich, wenn ich solche Texte schreibe hier. Und hier sehen wir jetzt eben auch schon so ein bisschen mal die Aufschlüsselung. Es funktioniert bei beiden Plattformen so, für Leute, die das noch nicht wissen, ihr werdet am Anfang aufgefordert, einen Text zu schreiben bei der Registrierung auf der Plattform. Das ist ein Text, wo diese Plattformen eure Skills, also eure Schreibfähigkeiten einstufen, wie gut ihr seid im Schreiben. Und je nachdem, wie gut ihr seid, bekommt ihr eben so eine Sternevergütung und das geht jetzt hier im Fall von Content.de eben von zwei bis fünf Sterne. Fünf Sterne werdet ihr in der Regel fast nie bekommen, wenn ihr euch dann anmeldet. Das habe ich bis selber noch nie erlebt, dass das sofort kommt. Wenn ihr einigermaßen gute Texte schreiben könnt, werdet ihr irgendwo bei vier Sternen, vier Sterne plus euch einordnen. Wichtig aber auch, ihr könnt dadurch, dass ihr Aufträge annehmt und immer bessere Arbeit abliefert, in diesem Ranking nach oben kommen. Und das hier ist jetzt eben das Wichtige. Ihr seht hier eben die Verdienste je Wort bei Group Orders und bei Open Orders. Und jetzt könnt ihr einfach sehen, okay, wenn ich mit vier Sternen zum Beispiel indexiert worden bin, dann bekomme ich zwischen 1,60 Euro und 1,80 Cent pro Wort. Ja, also 1,80 Cent pro Wort und 1,6 Cent pro Wort bei den Open Orders. So, und das sind jetzt eben die Maßstäbe, die ich richten kann. Also wie gesagt, wichtig, 1,8 Cent und 1,6 Cent pro Wort, nicht 1,80, das wäre ein bisschen viel. Also da, der kleine Versprecher, 1,8 Cent pro Wort. Und bei vier Sterne plus, wo ich übrigens auch bei meinem Account am Anfang eingestuft wurde, direkt, sind es eben schon 2,7 Cent pro Wort, beziehungsweise 2,5 Cent bei den Open Orders. So, Open Orders sind die meisten Varianten der Texte. Ihr werdet also ungefähr in dem Rahmen hier euch dann wahrscheinlich etablieren können, wenn es darum geht, vergütet zu werden. Und das ist eben jetzt also schon mal so ein schöner Überblick, dass ihr sehen könnt, wie viel kann man verdienen. Wie man sieht auch eben hier, verdienst je 500 Wörter, seht ihr ungefähr, dass man hier eben bei 9 Euro und hier bei den 4 Sterne plus Rating bei 13,50 Euro wäre. Also könnt ihr euch schon mal ausrechnen, okay, meistens rechnen wir Texte dann eher mit 1000 Wörtern, wie verdiene ich pro 1000 Wörter. Also nehmt ihr einfach ganz normal 2, hier eben 18 Euro und hier eben die 27 Euro und habt ihr eben schon mal einen ganz guten Rahmen. Und das ist, wie gesagt, kein königliches Honorar, aber ihr könnt eben anfangen, euer erstes Geld damit zu verdienen. Und wenn man einfach sagt, okay, ich mache auch mehr als 1000 Wörter jeden einzelnen Tag, kann man damit auch schon ein sehr, sehr gutes Einkommen aufbauen. So, und das Gleiche machen wir jetzt aber auf Textbroker auf. Wir wollen jetzt mal schauen, wie honoriert Textbroker denn eigentlich seine Autoren. Also da gehen wir hier auf, ich schreibe Texte und dann eben auf hier Vergütungen und Konditionen. Scrollen wir mal ein bisschen runter und jetzt sehen wir eben hier schon die Aufschlüsselung. Ja, auch hier ähnlich geordnet mit Open Orders, Direct Orders und Team Orders. Und hier sehen wir jetzt, es gibt drei Qualitätsstufen, die angegeben sind, nämlich einmal 3 Sterne, 4 Sterne und 5 Sterne. So, und hier sehen wir jetzt auch schon einen großen Unterschied. Hier sehen wir jetzt 1,5 Cent pro Wort bei den Open Orders. Wie gesagt, Direct und Team Orders, ihr könnt es euch hier lesen. Eher seltener der Fall, wir sprechen meistens von Open Orders, wenn wir darüber reden, hier Geld zu verdienen. Also, die sehen hier 4 Sterne, 1,5 Cent. Und ich kann euch aus Erfahrung sagen, und das habe ich auch von vielen anderen, die auf der Plattform drauf sind, schon gehört. Wenn ihr euch hier registriert und auch einen guten, vernünftigen Text bei der Registrierung abliefert, werdet ihr meistens ein 4 Sterne Autor werden erstmal. Und ihr seht jetzt schon 1,5 Cent pro Wort, ein Stern noch mehr, würde ich gleich 3 Cent mehr bekommen. Das ist natürlich eine Hausnummer. 1,5 Cent ist nicht so viel. Wenn wir uns jetzt hier mal kurz anschauen, bei Content.de verdienen wir bei den Open Orders schon mehr, 1,6 nämlich. Und hier eben bei den Group Orders 1,8. Also, es ist schon mal ein etwas Unterschied zu den nächsten Sternen. Und jetzt ist es, wie gesagt, eben so, bei der Registrierung, die meisten werden in der 4 Sterne Kategorie sein, weil Textbroker gibt euch nur sehr schwer diese 5 Sterne Bewertung, am Anfang vor allem. Ja, und das heißt, ich habe es schon oft, aber auf der anderen Seite wie erlebt, dass ihr bei Content.de sehr gut mal in die 4 Sterne Plus Kategorie sofort eingeordnet werdet, wurde ich zum Beispiel selber auch immer. Und dann bekommt ihr eben schon zwischen 2,5 und 2,7 Cent pro Wort. Und dann sind wir hier schon mal über 1 Cent oder noch mehr als 1 Cent drüber pro Wort bei Content.de. Also, ihr seht schon relativ schnell, ich kann auf Content.de deutlich mehr verdienen als auf Textbroker, sogar schon von Anfang an. Weil selbst wenn ich sage, okay, der Text war jetzt echt nicht so gut und ich habe nur 3 Sterne bekommen, also ein 2 Sterne Autor, das habe ich auch noch selten erlebt, ehrlich gesagt. Selbst bei 3 Stern wäre ich noch bei den 1,4 Cent und dann bin ich fast schon hier, wo ich bei 4 Stern bin. Also, ihr seht schon, Content.de scheint einfach schon mal auch ein bisschen besser das Ganze mit den Vergütungen hinzukriegen. Wir können jetzt hier nochmal gucken, Textbroker hat eben auch so eine schöne Vergütungsanzahl. Die gehen jetzt zum Beispiel davon aus, die sagen, okay, ihr habt mit 4 Stern eben reingetragen. Das ist, wie gesagt, auch eben der Standardfall, der bei Textbroker meistens vorkommt. Wir rechnen hier mit 1,5 Cent pro Wort auf eine Open Order. Und wenn wir jetzt eben sagen, 1.000 Wörter, habt ihr hier 15 Euro verdient. Ja, wenn ihr sagt, okay, ich sage, ich möchte ungefähr auf die 2.000 Wörter gehen, habt ihr eben hier eure 30 Euro am Tag verdient. Wie gesagt, ihr könnt das natürlich nach oben scrollen. Ihr könnt auch ganz, ganz viele Wörter schreiben. 12.000 Wörter pro Tag habt ihr 180 Euro. Das ist unrealistisch eher, dass man so viele Wörter schafft. Gerade für einen Anfänger sind 1.000 Wörter pro Tag auch schon viel, weil ja auch noch Recherche dazukommt und so weiter. Ihr werdet schneller in der Recherche, ihr werdet schneller im Schreiben, ihr werdet immer mehr verdienen auf solchen Plattformen. Aber ihr seht schon, insgesamt bietet halt einfach Content.de von der Vergütung einfach ein deutlich besseres System an. Von der Auftragslage her kann ich aus Erfahrung sagen, ist es relativ ähnlich, obwohl bei Content.de meiner Erfahrung nach etwas mehr unterschiedliche Aufträge öfter noch sind. Das heißt also, aber auf beiden Plattformen habt ihr keine Sorge darüber, dass ihr Aufträge bekommt. Und das ist immer genug zu tun. Also da unterscheiden die sich nicht wirklich. Und ja, gut, Auszahlung, dass sie das pünktlich auszahlen, zulässig auszahlen, auch das ist bei beiden gleich. Da müsst ihr auch keine Sorge haben. Das ist auf jeden Fall hiermit geregelt. Wie gesagt, der große Unterschied ist die Vergütung. Die ist bei Content.de schlichtweg einfach besser. Gerade weil ihr auch die Möglichkeit habt, relativ einfach auch mal eben in den 4-Sterne-Plus-Plus nochmal reinzukommen, wenn ihr schon eben in der Stufe hier wart. Und dann sind es eben auch schon die 4 Cent. Und bei 5 Sternen verdient ihr hier eben 5,2 Cent pro Wort, während das bei Textbroker nicht der Fall ist, weil ihr hier in der Spitze 4,5 Cent verdient und hier in der Spitze eben 5,2. Warum Textbroker so vorgeht und weniger vergütet, die kennen ihre Konkurrenz auch. Die direkte, weiß ich nicht, ist halt deren Firmenphilosophie. Muss man mit rechnen. Deswegen, ich würde euch raten, wenn ihr anfangen mit Texte zu schreiben, dann geht auf Content.de drauf. Das macht den großen Unterschied aus, was in die Vergütung angeht. Da werdet ihr auch schneller merken, dass ihr Einnahmen erzielt, bessere Einnahmen als was ihr auf Textbroker. Das ist auf jeden Fall hier mal meine Empfehlung dazu. Meldet euch aber von mir aus auch gerne mal auf beiden Plattformen an und kriegt ein Gefühl dafür. Vielleicht liegt euch Textbroker trotzdem irgendwie mehr vom Handling und so weiter, vom Intern her. Aber schwarz auf weiß, hier habt ihr es und das ist auch wirklich so, sind die Vergütungen eben hier deutlich besser. Aus Erfahrung kann ich übrigens auch noch sagen, es gibt einige Aufträge auch noch in beiden Plattformen, aber gerade auf Content.de gibt es noch so, Aufträge sind mit solchen Diamanten manchmal versehen, so einem Symbol. Da könnt ihr sogar noch mehr verdienen, weil der Auftraggeber halt eine besondere Qualität haben möchte, eine besondere SEO-Keyword-Dichte und so etwas zum Beispiel. Und da kriegt ihr meistens sogar noch mal noch mehr Geld, als das jetzt eben hier angesetzt ist. Von daher geht einfach mal hin, schreibt den Registrierungstext, werdet wahr mit den Plattformen und schaut euch mal an, was für Aufträge da sind. Ich glaube, das könnte ganz spannend sein. Übrigens auch noch eine kleine Eigenwerbung am Ende zu meiner Person. Viele von euch haben es vielleicht schon mal mitbekommen, aber ich denke, die meisten tatsächlich noch nicht. Ich biete mittlerweile ja auch Coachings an, aber weil ich es einfach sehr, sehr fair und transparent für euch eben haben möchte, ich biete es auf Stundenbasis an. Ja, das heißt, man muss jetzt hier nicht tausende Euro-Pakete auf mehrere Monate sich verpflichten, sondern wenn ihr sagt, okay, ich möchte zu den Themen Unternehmensgründung, generell zum Thema Geld verdienen, Internetagentur gründen oder eben zum Thema Geld verdienen mit Texten. Wenn ihr sagt, ich möchte da mal einen Partner haben, einen Sparring-Partner, mit dem ich mal kurz so ein, zwei Stunden mal darüber reden kann, wie ich mich am besten registriere, wie ich am besten Geld verdienen kann und, 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 was auch immer, vielleicht auch zum Thema eben Content-Dee oder Textbroker, dann könnt ihr, wie gesagt, eben zu mir kommen und sagen, okay, ich mache mal nur eine Stunde oder auch nur eine halbe Stunde, so wie ihr auch seht, auch alles möglich, da könnt ihr mit mir zusammen reden. Das ist keine zu große finanzielle Hürde, hoffe ich mal zumindest für die meisten, besser auf jeden Fall als mehrere hunderttausende Euro im Mord zu zahlen. Und genau, deswegen, das ist mein Angebot. Und übrigens, hier ist eben eine Aktion, die ich jetzt im Juli starte. Im gesamten Juli biete ich euch an, die eine Stunde Coaching, die gibt es nicht für die 99 Euro, sondern die gibt es jetzt für den Preis von dem 30-Minuten-Coaching. Also statt 99 Euro, 59 Euro für eine Stunde Coaching gilt den ganzen Juli lang. Also, wenn ihr Lust habt, da mal eine Stunde mit mir zu reden und deutlich gecoacht zu werden, da werdet ihr in einer Stunde sehr, sehr, sehr viel Input von mir bekommen, sehr, sehr viele Informationen, die ihr dann sofort umsetzen könnt, dann klickt ihr am besten einfach mal auf jetzt Coaching anfragen, und dann bekommt ihr hier auf die Kontaktseite von mir und dann seht ihr hier schon meine E-Mail-Kontakt-at-barster-dears.de. Die E-Mail einfach nutzen, schreibt mir eine E-Mail an diese E-Mail-Adresse hier und sagt einfach, was ihr möchtet, zu welchem Thema ich euch coachen soll und ich werde euch dann natürlich auch ehrlich antworten, ob ich zu dem Thema euch helfen kann oder auch nicht und wenn ja, dann sehen wir uns bald in meinem Coaching. Das soll es aber gewesen sein. Wenn ihr noch wissen möchtet, wie ihr eben in Conte.de euch registriert und wie das so von intern aussieht, dann schaut, wie gesagt, mal auf diesem Video hier vorbei. Das ist auf jeden Fall ganz interessant. und dann freue ich mich, wenn wir uns in einem meiner nächsten Videos wiedersehen.